Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial zu dem neuen Adobe-Tool Adobe Premiere Rush CC. Ein Video-Editing-Tool, das in erster Linie dem Erstellen von Online-Videos dient, das es sowohl als Desktop-Variante als auch als mobile Variante gibt. In dieser Videoreihe stelle ich euch zunächst einmal die Desktop-Variante von Premiere Rush vor. Ist für alle, die die Creative Cloud haben, in der Creative Cloud enthalten. Für alle anderen gibt es ein entsprechendes Abo-Modell. In diesem ersten Video-Tutorial geht es jetzt mal um die Grundlagen von Adobe Rush. Und ihr seht, ich habe hier schon mal drei Projekte erstellt, aber wir beginnen jetzt mit dem Erstellen eines neuen Projekts. Ich kann das hier auswählen. Ich klicke das an und habe jetzt dann hier verschiedene Möglichkeiten, meine Videos zu suchen. Es gibt hier so Sample-Videos, die vorgegeben sind, anhand derer man auch eine kleine Tour durch Rush machen kann. Ihr könnt dann auf eure jeweiligen Video-Ressourcen zurückgreifen. Also in dem Fall hier wären es verschiedene Festplatten oder zum Beispiel auch auf die Creative Cloud, auf die Dropbox oder auf einen anderen Cloud-Speicher. Bei mir wäre es jetzt hier zum Beispiel OneDrive. Ich gehe jetzt hier mal in meine Creative Cloud und suche mir mal ein paar Videos zusammen, die ich jetzt dann zum Bearbeiten nutzen möchte. Ich nehme jetzt mal hier diese beiden Drohnenaufnahmen und wähle die aus. Ihr seht, es kommt eine Markierung 1, 2 und hier rechts unten habe ich jetzt die Möglichkeit erstellen. Es werden jetzt die Medien vorbereitet. Das heißt, sie werden dann auch in eine Cloud hochgeladen. Und das dauert natürlich je nach Internetgeschwindigkeit ein bisschen. Aber das macht nichts. Ihr seht hier oben rechts, während Adobe Rush noch hochlädt, können wir aber schon mit unserem Material arbeiten. Und ich stelle jetzt mal hier nur die Grundlagen des Videoschnitts in Rush vor. In einem weiteren Video werden wir uns dann mit Titel, Übergängen, Farbkorrektur und Ähnlichem beschäftigen. Ihr seht hier, wie man es eigentlich auch aus Premiere kennt und Rush ist ja eben auch Premiere Ableger. Hier einerseits das Fenster mit der Filmvorschau und hier unten haben wir die Leiste, die Timeline mit dem jeweiligen Videomaterial. Ich kann diese Timeline wie gewohnt vergrößern, indem ich hier unten auswähle und dann seht ihr auch hier schon bekannte Sachen, also die Videotimeline und hier unten die Audiospuren mit verschiedenen Symbolen, mit denen wir uns dann in einem späteren Video näher beschäftigen. Ich habe hier meinen Abspielkopf, den ich an eine beliebige Stelle ziehen kann. Ich nehme jetzt gleich mal am Anfang. Hier war die Drohne noch still gestanden und dann kommt der Bewegungsmoment. Ich lasse das mal abspielen. Genau ab hier soll es funktionieren. Ich wähle jetzt einfach hier die Schere aus und habe dann hier auch schon meinen Cut gesetzt und kann jetzt ganz einfach diesen Clip-Teil entfernen, indem ich auf Entfernen klicke. Und Adobe Rush schließt dann auch gleich die Lücke, die entstanden ist. Ich gehe dann ein bisschen weiter und sage okay bis hier hin und hier möchte ich meinen zweiten Schnitt machen und auch das geht ganz einfach und ich kann jetzt das hier rausschmeißen. Ich kann die Clips natürlich auch bewegen. Ich kann sie tauschen. Wenn ich jetzt hier nach vorne gehe, setzt er mir diesen Clip nach vorne. Ich kann die Länge individuell anpassen, wenn ich jetzt sage, ich möchte das nicht abschneiden, sondern ich mache das einfach hier über die Videoclip-Länge. Dann kann ich das hier mit diesen Anfassern ganz gut auswählen. Und ihr seht, das wird immer sofort dann auch magnetisch sozusagen die Lücke geschlossen. Ich kann hier unten dann die entsprechenden Ausblendungen auch wieder machen. Ich kann hier die Audio-Timeline wegblenden oder aber ich kann wieder die erweiterte Ansicht machen. Wenn ich weitere Medien hinzufügen will, habe ich hier oben diesen blauen Button mit dem weißen Plus drin und dann kann ich drauf gehen. Und ihr seht, hier kann ich jetzt auch verschiedene Sachen wieder auswählen. Und wenn ich jetzt ein weiteres Video will oder auch ein Standbild, dann kann ich das jetzt hier einfach auswählen. Und auch hier geht wieder diese Mehrfachauswahl. Einfach durch Anklicken und ich kann dann die Sachen problemlos einfügen. Also ich füge das hinzu und ich habe jetzt hier kein gesondertes Projektfenster, sondern das Videomaterial wird jetzt direkt in meine Timeline reingelegt und ich kann es mir wieder an die passende Stelle ziehen. Das ist sehr einfach zum Bearbeiten, sehr gut gemacht und ich zeige in einem anderen Video auch, wie das Ganze dann am iPad ausschaut, beziehungsweise auch mal am iPhone. Das war es jetzt erstmal zum Einstieg in Adobe Rush. Ein neues Video-Tool von Adobe, toll gemacht. Und im zweiten Video schauen wir uns da an, wie wir mit dem Ton umgehen und was für Optionen wir hier auf der Seite finden, nämlich Titel, Überblendungen, Farbe, Audiobearbeitung und Zuschneiden und Drehen. Und im letzten Video dieser Reihe werden wir dann uns mit dem Thema Freigeben beschäftigen, denn Adobe Rush CC ist ja auch gedacht, um Videos in den sozialen Medien zu publizieren. Das war es in meinem ersten Video-Teil, ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn ja, dann einen Daumen hoch und nehmt mein Abo und bleibt mir gewogen.